Hallöchen, ich möchte dir heute zeigen, wie du diesen coolen Galgen in deiner mittelalterlichen Minecraft Stadt bauen kannst. Und damit fangen wir jetzt auch sofort an. Dieser Galgen hier, der ist ganz, ganz easy zu bauen. Alles, was wir dafür brauchen, sieht es, wir brauchen Eichenstämme, wir brauchen Eichenholzstufen, Eichenholztreppen, Falltüren, Zaun, Rüstungsständer, Hebel, Knöpfe und nachher noch Lederrüstung und Köpfe. Ich zeige dir das Ganze jetzt. Wir suchen uns jetzt einfach mal einen Punkt aus, hier irgendwo in der Mitte, ist egal wo, nehmen unsere Stufen hier, machen einen kompletten Block und noch einen drauf. Dann hauen wir den Block weg, sodass die Stufe hier in der Luft schwebt. Das ist die Mitte unseres Galgens. Der wird jetzt bestimmt ein bisschen schief im Gegensatz zu dem hier, ist aber nicht so schlimm. Jetzt gehen wir hier an die Seite und machen 1, 2, 3, 4, 5. Genau, 5. Auf der anderen Seite auch. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Heißt, wir haben jetzt mit dem einen in der Mitte eine Reihe, die 11 lang ist. Und jetzt gehen wir hier den selben mit, 1, 2, 3, 4, 5 in die Breite und machen das Ganze so zu. Komplett. So. Wir müssen das hier alles zumachen. Am Ende musst du dann eine Fläche haben, die 11 lang ist und 5 breit. Das wird dann der Boden unseres Galgens. Machen wir schnell zu hier. So. So sieht das Ganze aus. 11 mal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und 11 lang. Genau. Guck, die Kugel auch schon auf den Galgen. Als nächstes nehmen wir hier unsere Stämme. Mal machen. 1, 2 hoch. Hier auch. 2 auf der anderen Seite auch. 1, 2. Genau am Abgrund da. Super. 1, 2. Jetzt nehmen wir wieder die Stufen. Hauen die hier so drauf, dass das ein bisschen schöner aussieht. So. Haben wir schon mal Grundplatte unseres Galgens. Sehen wir ja auch hier. Was machen wir als nächstes? Wir nehmen wieder die Eichenstämme. Und gehen dann hier in die Mitte. 1, 2, 3. Es sind ja genau 3. Wir nehmen den Mittel hier. 1 zurück. Und machen hier ein Loch hin. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Heißt, Mitte hier Loch. So. Jetzt gehen wir hin. Machen 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoch. Andere Seite genau dasselbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wunderbar. Verbinden die so quer miteinander. Dann haben wir hier das Gerüst, wo gleich unsere Galgen drankommen. Als nächstes können wir jetzt noch die Stufen nehmen. Und zum Beispiel hier dann so wunderbar noch eine Treppe hin machen. Wo die Leute dann hochkommen. Wir kommen auch ganz easy hoch. Jetzt nehmen wir unsere Treppen. Hauen die nochmal so in die Ecke. Dass es was schöner ist. So. Was machen wir jetzt? Als nächstes können wir schon mal den Eichenholzzaun nehmen. Ne. Wir warten noch. Wir warten noch. Als nächstes brauchen wir jetzt natürlich unsere Löcher. Wo die Leute reinfallen sollen. Das heißt. Gehen wir hier an den Stamm. Lassen frei. Loch. Lassen frei. Loch. Lassen frei. Loch. So. Das werden dann unsere Löcher. Wo die gleich reinfallen. Als nächstes machen wir hinter nochmal welche weg. Nehmen jetzt die Treppen. Und hauen die so hier hin. Dass wir immer so ein kleines Stück überstehen haben. Da können wir jetzt die Eichenholzfalltüren dran machen. Da werden gleich die Leute drauf stehen. Super easy. Jetzt können wir hingehen. Den Zaun nehmen. Und immer hier drüber hängen. Eins frei drüber. Eins frei drüber. Immer genau unter die Falltüren. Das werden dann die Seile. Wo die gleich dran hängen. So. Jetzt können wir das Ganze mit den Falltüren noch ein bisschen verschönern. Indem wir einfach hier so Falltüren dran machen. Dass es ein bisschen schicker aussieht. Oben drauf auch noch. Auf der anderen Seite auch. Egal ob oben oder unten. Egal. So. Wunderbar. Runter. Brauchen wir jetzt natürlich noch einen Hebel. Das ist dann der Hebel hier. Wo der Henker klick klack macht. Dass die wegklappen. Und die dann gehängt werden. Mit den Knöpfen hier. Können wir das Ganze auch noch ein bisschen verschönern. Oben. Das musst du natürlich nicht. Bleib dir selbst überlassen. Kannst du jetzt so ganz schick. Entschuldigung. Jetzt kommen wir zu unserem Mannekingen. Jetzt nehmen wir den Rüstungsständer. Shift gedrückt halten. Sonst machen wir die weg. Und hauen die Rüstungsständer hier drauf. So. Weil. Ah. immer du willst. Vollkommen egal. Muss nicht dasselbe sein. Und. Wenn es dir gefallen hat. Dann kannst du jetzt gerne eins der beiden anderen Videos. Was angezeigt wird. Anklicken. Und ich sag wie immer. Ciao mit V. Bis zum nächsten Tutorial. Euer Ede.